Liebe Schach-Community, 10. Runde des Kandidatenturniers. Boah, das war eine Runde. Es zog und zog sich. Ich war dann total müde. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Irgendwann so gegen 1 Uhr morgens dachte ich mir, nee, ich gehe jetzt ins Bett. So, und jetzt mache ich das Video. Dienstag, 16. April bin ich aufgestanden. Jetzt mache ich für euch erstmal das Video. Und ausgesucht habe ich mir die Partie zwischen Nakamura und Abasov. Das war die Partie, die ich auch die ganze Zeit analysiert habe. Aber wie gesagt, es zog und zog sich. Und ja, da gehen wir rein. Und dann schauen wir natürlich auf die Ergebnisse der 10. Runde. Und wie es aussieht. So, interessanterweise wiederholen Nakamura und Abasov die gleiche Variante, die Abasov schon gegen Nepomni-Ski gespielt hat. Nach E4, E5, Springer F3, Springer F6. Russisch. Gut, Russisch ist keine Überraschung. Abasov will natürlich versuchen, als nominell schlechterer Spieler oder schlechtester Spieler im Turnier mit Russisch, alles zu blocken. Das Remis versuchen zu ergattern. Springer E5, D6, Springer F3, Springer E4. Und jetzt kommt wieder dieser kleine Zug hier, D3. Das habe ich auf Top-Niveau ehrlich gesagt sehr selten gesehen. Früher, vor 3, 4 Jahren, habe ich das von Magnus Carlsen gesehen. Er hat das paar Mal gespielt. Dann habe ich das in meinem Repertoire aufgenommen. Habe damit auch sehr, sehr viele Blitzpartien gespielt. Damit geht man über in die Abtauschvariante der französischen Verteidigung. Nach Springer F6, D4, D5. Das ist im Prinzip wie E4, E6, D4, D5, Tausch, Tausch, Springer F3, Springer F6. Läufer D3, C5. Nepo spielte hier gegen Abasov Ruchade, C4 und ging zurück mit dem Läufer. Ihr erinnert euch vielleicht, er holte überhaupt nichts aus der Öffnung heraus und hatte dann auch nicht wirklich Gewinnchancen gegen Abasov. Abasov ist der einzige Spieler, der bis hierhin es schaffte, gegen Abasov mit Weiß nicht zu gewinnen. Nakamura spielt hier etwas anderes und ich glaube, dieser Zug gefällt mir etwas besser. C3. Damit bleibt der Läufer hier auf dieser Diagonale. Und hier hat Schwarz die Wahl, spielt er trotzdem C4 oder entwickelt er den Läufer? Da bin ich mir auch nicht sicher, was das Bessere ist. Was besser ist, Abasov spielt C4 relativ schnell. Läufer C2, wie gesagt, der Vorteil ist, der Läufer bleibt jetzt auf dieser Diagonale hier und musste nicht auf diese Diagonale zurück. Sieht etwas besser aus. Läufer D6, Ruchade, also besser als das, was Nepo gespielt hat. H3, H3 gefällt mir, soll Läufer G4 verhindern. Springer C6, Läufer G5, Entwicklung, H6, Läufer H4, hält die Fesselung aufrecht. Und das könnte theoretisch schon eine kritische Stellung sein hier. Vermutlich sollte Schwarz hier G5 spielen, um die Fesselung loszuwerden. Diese Opfervarianten funktionieren hier nicht. Läufer G3, Nimm-Nimm und Springer H5. Und das scheint völlig okay zu sein hier für Schwarz, wenn man der Engine glauben mag. Dame D6 gefällt mir hier auch als nächster Zugläufer D7, Turm A8. Ich sehe ehrlich gesagt keine Probleme für Schwarz hier, sich vernünftig weiterzuentwickeln. Aber Basov scheut dieses G5, er spielt hier B5. Sieht eigentlich auch logischer aus, B5. Vielleicht mit der Idee A5, B4 hier. Aber es gibt hier Probleme im Zentrum. Turm E1, A5, Springer E5. Sehr starker Zug, Springer E5. Nakamura spielt jetzt sehr aggressiv im Zentrum, stellt den Springer zentral auf. Greift den C6 an. Turm A6, das war die Idee von Abbasov auch. Er will den Turm über die sechste Reihe hier aktivieren und seine Leichtfiguren decken. Springer D2. Läufer C7, er geht zurück mit dem Läufer. Er sieht, was jetzt kommt. Dame F3. Springer E7. So, der Turm deckt hier den Springer. B3. Weiß möchte eine Front öffnen am Darmflügel. Hier hat er sich so ein bisschen festgefahren. Es geht hier nicht so richtig weiter. Deswegen möchte er hier mit B3, A4 diese Struktur hier angreifen. Abbasov verhindert das mit A4 selbst. BA4, BA4. Jetzt hat sich aber die B-Linie geöffnet. Die wird der weiße Turm gleich besetzen. Vorher aber Springer F1. Umgruppieren. Ja, wenn der Springer mal nach E5 kommt, F5 könnte oder nach G4 oder. Naja, der Springer gehört sowieso hier nach E3 oder G3. Also E3 eher bevor G5 kommt. A3. Turm AB1. Weiß ist sehr harmonisch aufgebaut. Gefällt mir sehr die Stellung. Turm E6. Und jetzt hier hätte Weiß schon mit Springer E3 relativ großen Vorteil gehabt. Es ist gar nicht klar, was Schwarz hier überhaupt ziehen soll. Er hat keine Züge so richtig. Läufer E5, DE5, Turm E5 läuft in Läufer F6 rein. Das gefällt mir nicht. Und wir drohen eventuell auch Dame G3 hier mit Druck hier hin. Springer F5 könnte eine Idee sein. Springer G4. Wir haben viele Optionen mit Weiß. Und bei Schwarz ist überhaupt nicht klar, was hier überhaupt geschehen soll. Aber Nakamura spielt Springer G4. Greift diesen Springer an. Das gibt Schwarz die Gelegenheit jetzt hier zu nehmen. Springer G4, HG4. Und jetzt müsste er langsam mal die Dame ziehen. Diese Fesselung hier nervt. Dame D6 gefällt mir. Zentralisiert die Dame. Turm E8 könnte kommen im nächsten. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht so einen großen Nachteil. Der ist auch sehr gering. Aber Abasov spielt Dame E8. Hier steht die Dame deutlich schlechter. Ich weiß nicht, warum er Dame E8 gespielt hat, bevor er Angst hatte. Auf dem Feld D6. Läufer G3. Auch hier hätte mir Springer G3 besser gefallen. Gut, Läufer G3 hat die Idee hier, die Felder frei zu kämpfen. Eventuell mit dem Turm nach B8. Läufer A5. Greift den C3 an. Der ist aber gedeckt. Auch hier wäre Dame C6 besser gewesen. Die Dame endlich ins Spiel bringen. Den Turm hier ins Spiel bringen. Aber gut. Sei es drum. Läufer A5. Turm schlägt E6. Läufer schlägt E6. Und hier entsteht eine sehr, sehr kritische Stellung. Es gibt hier für Weiss wahrscheinlich einen Gewinnzug, der allerdings sehr schwierig zu berechnen ist. Hier dachte Nakamura auch relativ lange nach. Gucken wir mal, wie lange er nachdachte. Ja, 17 Minuten. Das ist für ihn sehr viel, denn Nakamura ist normalerweise ein Spieler, der sehr schnell spielt. Auch bei diesem Turnier, er kommt eigentlich kaum in Zeitnot. Turm B8 ist hier ein Gewinnzug. Den zeige ich die Engine auch an. Allerdings, er ist nicht leicht zu berechnen. Es gibt hier zahlreiche Varianten, die in Frage kommen. Eine Variante ist hier die Dame wegziehen. Dame D7. Und dann dieses Opfer hier. Läufer H7. Diese Ablenkung. Nimm, Nimm. Aber hier gibt es so Züge wie Springer C8. Und man weiß nicht so richtig, wie man den Turm hier rausbekommt. Da kriegt man so ein bisschen mit der Angst zu tun. Dame E7 könnte drohen. Aber wenn man natürlich die Engine einschaltet, ja, dann kommen natürlich die Züge rausgesprudelt. Läufer H4 oder G5 und Weiss steht besser. Aber auch dann ist es nicht einfach zu erkennen, warum. Zum Beispiel nach Läufer H4, G5 muss man berechnen. Aber hier gibt es Dame F6 mit Matt. Also Läufer H4 ist ein Zug, der nimmt das Feld hier weg. Aber was mit Dame D6? Turm E8, Dame C6. Turm F8, Dame F8. Ja, was machen wir hier? Dame D6. Hier müssen wir den Turm geben auf F7. Nimm. Und Weiss steht hier klar besser. Allerdings auch hier wieder. Was ist mit Läufer schlicht C3? Dame F5 Schach. Ihr seht es also. Es ist nicht so leicht. Man muss sehr, sehr, sehr tief reingehen. Und das ist nur eine Variante. Es gibt aber noch eine viel, viel wichtigere Variante. Und das ist dieses Opfer hier. Dame B8. Läufer B8. Turm B8. Ja, die Engine lacht da drüber. Aber ein Mensch sieht hier dieses Gegenspiel. Und denkt sich, ja Mist. Plötzlich kriegt er hier wahnsinnig viel Gegenspiel. Gut, wie gewinnt man hier? Dame F4 gewinnt hier. Turm B2. Springer E3. Turm A2. Dame D6. Es droht hier Dame E7. Springer C8. Einziger. Und hier Dame C6. Es droht Matt. Das große Problem in dieser ganzen Variante ist der schwarze König. Erstaunlicherweise. Weswegen Weiß hier gewinnt. Also ab hier wird es ungefähr deutlich, warum er gewinnt. Es gibt hier noch eine Variante mit G6. Die habe ich mir angeschaut. Das verhindert das Matt hier. Und hier denkt man sich ja, wieso gewinnt denn hier Weiß? Okay, wir haben Läufer schlicht G6. Ja, mit der Ablenkung hier. Aber Läufer F5 ist hier der Bombenzug. Geben wir ihm mal zwei Rufzeichen. Der gewinnt. Wir nehmen, nehmen. Und dann ist der Läufer angegriffen. Der ist hier gebunden am Springer. Und die ganze schwarze Stellung fällt auseinander. Und die Dame ist deutlich schneller mit dem Angriff auf den schwarzen König. In Kombination mit dem Springer. Statt das Gegenspiel hier am Damenflügel. Aber auch Nakamura ist keine Maschine. Er kann das. Es fällt ihm offensichtlich extrem schwer, das alles korrekt zu berechnen und zu evaluieren. Natürlich hat er Turm B8 gesehen. Das sieht jeder von uns, der ein Titelträger ist. Nur die Konsequenzen zu berechnen. Das ist extrem schwierig. Gut, man muss auch kein Titelträger sein, um Turm B8 zu sehen. Er spielt stattdessen das sichere Turm B7. Das ist auch gut. Greift hier den Springer an. Es droht Läufer D6 mit Gewinn an der Qualität. Springer C8. Und schon macht Abasov wieder einen ungenauen Zug. Er geht mit dem Springer auf ein Feld, was die Engine nicht gut findet. Ja, aber auch hier. Die Engine möchte hier die Qualität geben. Und schlägt Springer G6 vor Läufer D6. Das ist auch ein bisschen komisch. Okay, hier gibt es Dame C8. Gibt es nicht. Dame C6. Achso, hier gibt es Läufer F8, Dame B7 und Läufer A3. Und dann gewinnen wir diesen A3. Und hier stehen wir offensichtlich klar besser mit Weiß. Wenn wir diesen Bauern gewinnen, dann gibt es ja auch keine Einbruchsfelder für die schwarze Dame. Alles gedeckt. Und langfristig ist dieser Bauer hier natürlich extrem stark. Was macht Abasov? Springer C8. Und hier bin ich ein bisschen überrascht, dass Nakamura G5 nicht gespielt hat. G5, das war der Zug, den die Kommentatoren auch erwähnt haben. Der Zug ist eigentlich relativ offensichtlich. Schwarz darf nicht schlagen wegen Dame H5 mit Mattangriff. G6, Läufer schlicht G6. FG6, Dame H7, Schachmatt. Die Variante ist einfach zu berechnen. Auch für Nakamura. Was mit F5? Hier gewinnt Turmschlicht G7. Läufer E5. Am Ende wird es Matt. Das ist auch keine schwierige Variante. Das sind einfache Kandidatenzüge für so einen Topmann wie Nakamura. Also G5, ganz klar, super Zug. Es gibt hier noch Dame C6 wieder. Und hier Turm B8. Und auch hier kann man HG5 nicht wirklich spielen wegen Dame A5. G6 verliert wieder wegen Läufer G6. F5, Dame E, G5. Das muss ich gestehen. Ja, das sieht total gewonnen aus für Weiß. Die zwei Leichtfiguren kommen hier rein. Springer und Läufer. Und wie will man das Matt verhindern hier mit dem Turm auf der achten Reihe, der einiges fesselt. Das sieht komplett gewonnen aus. Also G5 war ein sehr, sehr starker Zug. Und aus meiner Sicht auch relativ offensichtlich. Aber er spielt hier was anderes. Er spielt meine erste Idee, die ich ja hatte in der Stellung. Und zwar Läufer F4. Mit der Idee Läufer C1, den Bauern A3 abholen. Das habe ich als erstes hier betrachtet, als ich das angeschaut habe. In der Live-Übertragung. Aber das lässt jetzt hier ordentlich Gegenspiel zu. Dame C6. Turm B8. Springer E7. Sehr stark. Jetzt ist Läufer H7 nicht so gut. Das kam nicht in der Partie. König A7. Turm F8. Wegen Springer G6. Und wohin mit dem Turm? Der hat wieder keine Felder. Turm B8. Und hier gibt es zwei Varianten. Entweder ich opfere hier die Qualität und sage, komm, ich nehme den auf C3. Und nehme den Läufer hier mit dem fetten, gedeckten Freibau hier auf C4. Das droht Springer E2-Schach auch. Der G4 hinkt auch. Oder ich spiele sicher so, so, so. Hier kann Weiß froh sein, dass er diesen Zug hat. Dame C1. Läufer B8. Dame B1. G6. G6. Dame B8. Läufer G4. Und wahrscheinlich ist die Stellung ausgeglichen. Materiell ausgeglichen. Also hier ist Läufer H7, diese Ablenkung, plötzlich nicht mehr so gut. Und Nakamura geht zurück nach B1. Ja, er gerät hier so ein bisschen in Panik. Er hat jetzt nur noch zwölf Minuten bis zur Zeitkontrolle. Und jetzt zieht er alle Figuren zurück. Dame D7. Jetzt greift er den G4 an hier. G5. Läufer G4. Dame G3. H5. Abasov jetzt plötzlich in einer besseren Stellung. Dame E3. Auch das gefällt der Engine überhaupt nicht. Springer G6. Läufer H2. Turm E8. Dame D2. Was passiert hier eigentlich? Weiß zieht seine Figuren auf die erste und zweite Reihe zurück. Und Abasov wird hier super aktiv. Turm E2. Das ist korrekt, was er macht. Turm B8 Schach. Okay. König A7. Dame C1. Wo ist denn jetzt bitte die Dame gelandet hier? Okay, immerhin wird A3 angegriffen. Aber gut. Der C2 ist angegriffen. Und Abasov hatte hier noch 18 Minuten. Und hätte eigentlich relativ problemlos hier Läufer C7 finden können. Das gibt ihm hier eine Riesenstellung. Läufer C7. Dame C7. Turm A8. Dame E7. Der A3 ist gedeckt. Kann nicht genommen werden, weil der Läufer angegriffen ist. Und Turm E1 ist eine große Drohung mit der Idee Läufer E2. Solche Geschichten. Oder Turm E1, Dame E2. Dann dringt Schwarz in die Stellung ein. Und hier bin ich mir nicht sicher, ob Nakamura mit 7 Minuten auf der Uhr die richtigen Verteidigungszüge gefunden hätte. Aber zum Glück für Nakamura und seine Fans spielt hier Abasov relativ schnell. Dame E7. Ihr seht das. Er hat da kaum Zeit verbraucht für. Und das ist ein dicker Fehler. Und plötzlich dreht sich die Partie schon wieder. Warum? Nakamura findet den besten Zug hier. Läufer E5. Er trickst ihn aus. Ja, zumindest sagten die Kompensatoren. Aber das hat nichts mit Tricksen zu tun. Das ist einfach... Dame E7 war einfach objektiv ein schlechter Zug. Lofaz E7 hätte das alles verhindert. Und jetzt hat Schwarz Riesenprobleme. Plötzlich ist die E-Linie blockiert. Der Springer ist ja gefesselt. Ich kann hier nicht nehmen. Und dieser Turm hier gerät hier mega in Gefahr. Es droht hier Springer G3 unter anderem. Mit Qualitätsgewinn. Oder auch Springer E3. Oder auch F3 Springer G3. Der Läufer steht hier dann. Hat doch keine Rückzugsfelder vernünftig. Der müsste nach E6 oder D7 zurück. Und es gibt ja auch zahlreiche Züge, die in Frage kommen für Schwarz. Also sowas wie Läufer C7 geht natürlich nicht wegen Turm B7. Mit F6 kann man den Läufer auch nicht vertreiben. Wegen Dame B1. Und Turm B7 Ideen. Das geht hinten und vorne nicht. Deswegen zog Schwarz hier Dame E6. Idee Läufer F5 hier. So ein bisschen. Jetzt kommt aber der Springer raus. Springer G3. Die Engine hätte Springer E3 gespielt. Aber Springer G3 gewinnt hier einfach die Qualität. Was heißt einfach? Es gibt nämlich hier noch dieses Qualitätsopfer. Turm E5. Nehmen. Dame E5. Turm B5. Läufer C3. Das sieht gar nicht so schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Aber. Und das zum Glück von Nakamura. Da gibt es diesen starken Zug hier. Dame E3. Mit Angriff auf Dame, Angriff auf Läufer. Und dummerweise kann die Dame nicht wegziehen. Und Schwarz muss die Damen tauschen. Das ist ja ärgerlich. Es droht Dame E5. Turm schlägt D5. Und deswegen muss Schwarz jetzt hier die Damen tauschen. In der Stellung. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Nimm Nimm. Und dieser Bauer steht natürlich gut hier, um D4 zu unterbinden. Jetzt kann Schwarz diesen Bauer nur noch tauschen. Ein D4. Nimm Nimm. König F1. Das ist eine Stellung, bei der ich gespannt wäre, ob Nakamura sie gegen Stockfisch gewinnen würde. Der Vorteil ist relativ groß. So plus 1,5. Das ist viel. Aber gegen eine Engine ist das gar nicht so viel. Wenn die die perfekten Verteidigungszüge findet. Aber Basu findet hier nicht die perfekte Verteidigung. Er spielt hier H4. Besser wäre Läufer B2 gewesen. Den Läufer hier zementieren. Eventuell C3, damit man den nicht verliert. Aber H4. Springer E2. Läufer E3. Auch hier ist Läufer B2 besser. Aber hier ist es, glaube ich, E egal wegen Turm B7. König G8. Und hier Springer F4. Darf nicht nehmen wegen Schachmatt auf der Grundreihe. Dann muss der Springer zurück. Und dann kommt Springer D5. Und Weiß ist viel zu aktiv hier in dieser Stellung. Es gibt Ideen mit Springer E7, Schachmatt und Turm B8. Hier ist es jetzt verloren. Läufer E3. Turm A5. König G8. Läufer Turm A3. Spätestens hier wird auch mir klar. Jetzt steht Weiß auf Gewinn. Weil dieser Bauer hier natürlich langfristig nicht aufzuhalten ist. Läufer G5. Turm A8 Schach. Springer F8. A4. F5. Er versucht hier Gegenspitze zu erzeugen. Das ist zu langsam aber. Springer D4. H3. Okay, H2 lassen wir mal nicht zu. Nimm weg, nimm weg. König F2. Läufer A4. König F3. Läufer G4. König G2. F4. Gut, der Bauer ist nicht gefährlich hier. Läufer F5. Starker Zug. Er will Läufer E6 Schach spielen, wenn der Läufer wegzieht und den Springer gewinnt. Gut, F3 kommt einfach König F1. Läufer H3 geht ja nicht. Läufer F5. Springer F5. Läufer G5. A5. Und hier gab er auf. Der Bauer läuft durch einfach. Und C3 kommt Springer D4. Und der Springer hält hier den Bauern auf. Und der König hält diesen Bauern auf. Und der Bauer läuft durch. Ja, das war echt so ein Hin- und Herspiel. Also ich dachte, zuerst dachte ich, Nakamura gewinnt die Partie leicht und locker nach 30 Zügen. Und dann tat er sich mal wieder ultra schwer mit der Verwertung seines Vorteils. In diesem Turnier gab es ja mehrere Partien. Gegen Nepo stand er ja auch klar besser an einer Stelle. Aber letztendlich konnte er den Sieg nach Hause fahren. Wir schauen mal auf die Tabelle. Denn da ist ein bisschen was geschehen. Es gab nämlich noch eine zweite entschiedene Partie. Und zwar aus Sicht der Amerikaner ein guter Tag. Den Fabiano gewann gegen Firuzcia. Das war auch so eine seltsame Partie. Da kam Caruana auch wie die Jungfrau zum Kind zum Sieg. Weil Firuzcia das Risiko immens hochgeschraubt hat. Und wir schauen auf die Tabelle. Ja, die anderen beiden Partien endeten Remi. Pragnananda-Virit war total langweilig. Da passierte gar nichts. Nepo gegen Gukes. Das Spitzenspiel war auch eher eine dröge Nummer. Ähm, endete Remi. Und wir haben an der Spitze Gukes und Nepomnichi mit sechs Punkten. Und dann kommen drei Spieler mit fünf und eine halbe. Prag, Hikaru und Fabiano. Und dann ist Virit mit fünf Punkten noch dabei. Wir haben noch vier Runden zu spielen. Das heißt, es kann immer noch alles passieren. Sechs Spieler kämpfen um den Turniersieg. Filuzcia mit 200 Punkten Rückstand ist raus. Abbasov mit, ja gut. Der wird sowieso letzter, kann man davon ausgehen. Aber schön, dass er auch schon drei Punkte gemacht hat in dem Turnier. Ja, ist ein spannendes Turnier. Kann alles passieren. Für mich immer noch Nepo am solidesten. Aber bei so vielen Leuten da vorne kann natürlich eine Menge passieren. Irgendwie ist jede Partie zählt dann. Zählt dann für den Turniersieg. Spannung vorprogrammiert. So, jetzt haben wir Ruhetag. Wir gucken nun mal kurz auf das Kandidatenturnier der Frauen. Wir haben 16. April, das ist Ruhetag. Hier führen die beiden Chinesinnen, Le Tien-Jie und Tan-Jong-Jie. Wir gingen in der zehnten Runde gegen die Partien aus. Ja, Le Tien-Jie gewann. Oh, gegen Goryaczki, das ist ein Big Point. Wow. Salimova verliert gegen Vaischali. Und hier kämpfen vier Spielerinnen im Prinzip um den Turniersieg. Wobei die Chinesinnen da die Oberhand haben gerade. So, wie gesagt, 16. April ist Ruhetag. Dann geht es weiter am Mittwoch mit der elften Runde. Vier Runden sind noch zu spielen. Und dann wird gespielt zwei Runden. Pause, eine Runde, Pause, eine Runde, meine ich. Alles klar, macht's gut. Ach ja, habt ihr übrigens mitbekommen von den ganzen Problemen mit Filuscia und seinem Vater in Toronto? Da gab es einen kleinen Eklag gestern. Der Vater wurde hinauseskortiert aus dem Spielsaal. Wäre vielleicht sogar ein extra Video wert. Aber ehrlich gesagt, ist jetzt auch keine so große Nummer. Bei Filuscia war das Thema wegen seinen Schuhen, beziehungsweise wir, dass er zu laut über das Parkett läuft. Und da hat sich ein Spieler beschwert am Basel. Ich kann mir eher vorstellen, dass Filuscia sich so ein bisschen, sich etwas zu sehr gehen lässt. Die anderen Spieler erzeugen keine Geräusche mit ihren Schuhen. Und der Vater ist sowieso so eine Sondernummer. Da könnte man mal ein Video zu machen, weil er ist schon häufiger aufgefallen auf Turnieren, dass er sich mal ganz schnell beschwert über irgendwelche Dinge. Naja, vielleicht mache ich da noch ein Video. Aber schauen wir mal. Schön, dass du noch da bist. Kennst du eigentlich schon Chesamee The Big Greek Academy? Dort findest du eine Menge Kurse über Öffnungen, Mittelspielthemen, Endspielthemen und eine tolle Serie über Weltmeister. Klick einfach auf das Banner und schau nach, ob auch für dich etwas dabei ist. Klick einfach auf das Banner und schau nach, ob auch für dich etwas dabei ist.